Wer auf der Suche nach einem perfekten Job bei einem internationalen Arbeitgeber ist, gehört vielleicht schon längst dazu. Die Europäische Union ist nicht nur ein politisches System, dahinter verbergen sich ungeahnte Karrieremöglichkeiten. Und das nicht nur an den Hauptsitzen. 40.000 Mitarbeiter sind in den unterschiedlichsten Bereichen der Institutionen, EU-Agenturen und in regionalen Ämtern weltweit beschäftigt. Gemeinsam vertreten sie die Interessen von 500 Millionen europäischen Bürgern. Für Bewerber aus ganz Europa bietet die EU zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten. Hochqualifizierte Spezialisten werden genauso gesucht wie flexible Generalisten. Und das in vielen Bereichen. Ich bin Arno Kramazou. Mein Name ist Silvia Eile. Mein Name ist Joanna Abschauer und ich komme aus Polen. Ich bin französisch. Ich bin irisch. Ich bin Latvierin. Ich bin Arno Kramazou. Ich arbeite als Interpreter. Ich arbeite als IT-Projektmanager. Ich arbeite als Paymaster-Office. Ich arbeite als Paymaster-Office. Ich arbeite für die Entwicklung-Departement in der Europäischen Kommission. Die Hauptsitze der Institutionen sind in Brüssel und Luxemburg. Brüssel ist natürlich der zentrale Standort. Menschen aus aller Welt fühlen sich hier zu Hause. Brüssel ist eine lebendig charmante Stadt und gilt als Herz Europas. Beste Aufstiegsmöglichkeiten und ein multikulturelles Arbeitsumfeld. Das zeichnet die EU aus. Wer EU-Bürger ist und mindestens zwei europäische Sprachen spricht, kann sich bewerben. Und dann gilt Chancengleichheit für alle. Mit Menschen aus aller Welt macht es übrigens nicht nur Spaß zu arbeiten. Das soziale Leben ist genauso gut. Interessiert? Alle Infos für Bewerber bietet das Europäische Amt für Personalauswahl. Wer will also nur für ein Unternehmen arbeiten, wenn er es für ganz Europa kann?